ja n n L3 das Zeug ich noch mal verschieben das ist teuer um was haben wir denn da oh mein Gott global hi ha oh der ist schon Level 2 Elite Hunter das sind bestimmt das sind so komische Teile lol was denn jetzt los baum entfällt 10.000 schnodde was zum geirr wie geht das weg was weg nein nicht verlassen achso ne da ach so kann ich das dann ganz einfach versetzen gut werde ich das mal alles bisschen auf einen Haufen packen hey du mitz m m die dahin die dahin die dahin ich mag das ja das ist ein bisschen geordneter ist ja da nicht hin du jocke so so gut was ist das Pilz braucht man ja noch nicht zu entfernen das ist also unser Areal wo wir da bauen können also mal raussuchen ne ja ist ja eigentlich ganz nice ne muss man schon sagen alles entfernt es wird 7500 war es zweihunderttausend Gold für den Scheiß Drecksstein was zum Geil Menschen das Klabburg das sieht ja ganz aus ich möchte das nicht irgendwie anders benutzen kaputt oh schade wieder aufbauen ah wieder aufbauen 10.000 Gold äh I think we need a Goldspeicher YOLO bessern 1500 Dinger den werde ich mal aufbessern aber gibt's nicht irgendwie was gibt's was will die Belohnung einfordern lass die Bestien los schalte bewogen schütze in die Kasernen frei Belohnung große Kisten ja Belohnung einfordern nice scheiß das gesucht der Volker einsehen was ist das Goldjagd 200.000 Gold brauchen wir dafür irgendwie sowas ne Stiel 2 sich teilweise nicht Gold besser eine Goldlager auf Level 5 ah ok schnapp die Kobolde Kampagnenkarte muss also ein paar Truppen ausbilden ne 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 Truppen ausbilden ne 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 jo ja ich hab ja auch total viel von dem Schmodder Zeug ah das muss ich selbst so ach Gott ja besser rüsten wir die Schmodder Pumpe mal auf und direkt mal wir brauchen mehr Schmodder L4 Pitches was schluss neun Kurs ist wir brauchen die Kristalle nicht es geht alles so gut aber jetzt haben wir schon ein doppeltes Lager aber das muss ich so selbst einsamer das wusste ich nicht sorry sammeln sammeln geil ähm ja du bist mir nö ja 25 koste Frucht zu wissen was für Viecher ja 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 klar ja am Arsch ja so sehr gut da mal sammeln dann ja 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 nice das ist ja schon eigentlich ein ganz geiles Spiel aber viel viel wartereie auf jeden Fall ja ich muss man holen zwei Gold achso also man kann es immer so ein bisschen horten scheint okay was sind das hier armeelager das kostet schmodder was ist denn das hier rathaus kann ich auch verbessern shop gibt es noch so viel neues zeug armee eine weitere kaserne für 200 schmodder zauberfabrik dunkle kaserne hört sich böse an verbaren könig dann verteidigung aja eine mauer sehr interessant borgner tesla skelettfalle fernoturm alter vater was das alles kostet bogen schützen turm jojo ein schild schild für einen tag schild für zwei tagen was haben wir für ein schild haben wir auch ein schild da stand doch immer so ein schild zwei tage schild okay was bringt das schild werden wir dann nicht angegriffen oder so ich will den baum nicht weg machen lassen den baum in ruhe wenn später was haben wir euch da info kapazität produktion 600 pro stunde das hat auch leben oder sowas ach so kampf finden durch 50 gold acht mehr spieler ist es jetzt einfach so angreifen die sind da ziemlich gut gewappnet werden sie angegriffen die dödels so wie es aussieht brauche ich mehr dödels ok also ich muss da anscheinend mit einer kompletten armee anrücken das ist gut gut zu wissen gut sind wir noch fast sieben am ausbilden wie groß ist der gold cage davon eigentlich die kürzken aus der google buster meldung getrennt ja auch immer mehr bleibt auf dem namen in facebook so zumal mit dem kletzter kündig können kuhl 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 leute im wurs ist los es ist ja total spannend mal gucken ob ich mir mit einem anderen Google Account privat auch spiele dass ich da ein bisschen vorbereitet bin auf das was da noch auf mich zukommt kann auf jeden Fall machen ich glaube durchgehende Aufnahmen werden nix Leute das wird einfach nix dann würde ich sagen würde ich jetzt hier diese Aufnahme mal beenden gut werden wir dann noch sehen werde dann vielleicht auf dem Handy noch ein bisschen spielen um mich da vorzubereiten und was weiß ich ich werde ich dann eine Aufnahme machen sobald ich dann nämlich volles Zeug habe und dann wieder was weiß ich bin mir noch da recht unklar aber wird auf jeden Fall weitere Folgen geben ich finde es eigentlich nicht so schlecht es soll einen ziemlich hohen Suchtfaktor haben das Game und ich würde sagen wir sehen uns dann zum nächsten Mal tschiiiiuuuuuuuu brrrrrr